Wir gehen gerade zurück von unserem Mackie-Erlebnis nach Berger. Es war scheußlich, oder wie war es? Ja, enttäuschlich, enttäuschlich. Wir haben uns einen neuen Berger ausgefüllt, den Chicken Whopper. Aber der war mäßig, muss ich sagen. Und die Pommes? Ja, trocken, trocken. Und jetzt kommt es mir auch vor wie eine Wüste da. Unser letzter Vorrat an Friedlichkeit. Was war schlechter, der spürt den letzten Spurs in eurem Berger gegen. Ja, der spürt war gut. Der ist ein Genischer Chef.